Hallo von der FIBO 2018, wir sind hier bei uns am Stand und ich möchte einfach mal unser neues Mitbringsel vorstellen, den Dryroom. Ich stehe hier auf dem Sensorboard für meine Koordinations- und Heftlosübungen und mit dem Aufbau-Modul fürs Rudern. Wir haben jetzt eine coole Variante und zwei Geräte sozusagen eingefahren. Ich kann mit zwei Schrauben mit einem Handgriff dieses Ruder-Element auf dem Sensorboard fixieren. Und dann bin ich bereit für meine Ausdauertrainingseinheit. Der Dryroom besteht natürlich aus dem Sensorboard als Unterbau, einem speziellen Seilzug-Widerstandssystem, was in diesem Sandwich verbaut ist. Und ansonsten haben wir ausschließlich ruderspezifische Bauteile verwendet. Das heißt, wir haben hier die Rollschieben, die man sonst in einem schönen Ruderboot sieht. Und einen speziellen Sitz mit Korkauflage, damit man eine gute Rundschfestigkeit hat. Weil das Hauptalleinstellungsmerkmal vom Dryroom sind natürlich die seitlichen Neigungsbewegungen, wie ich sie im Bootssport eben auch habe. So, schon sind die beiden Elemente miteinander verbunden. Ich setze mich auf meinen bequemen Sitz. Ich schnalle die Füße hier vorne ordentlich an. Schon beim Draufsitzen sieht man, dass diese Neigungsbewegung das Ganze etwas spannender macht, als man das von konventionellen Rudern auf dem Ergometer kennt. Und los geht's. Ich muss über meine Rundfuskulatur diese seitlichen Neigungsbewegungen ausgleichen. Ich habe dadurch eine zusätzliche Anforderung und bin noch näher an meiner Zielsport. Viel Spaß bei Rudern auf den Dryroom.